Seid gegrüßt und willkommen, geliebte Onkels und Tanten, zum Oster-Special, was auch immer daran special sein wird. Aber ich habe... Ahoy! Ich habe auf jeden Fall einen sehr ehrenwerten Gast heute am Start. Und ja, frohe Ostern. Frohe Ostern! Mein Rammler, der Mann lebt. Und ich habe es geschafft, ihn aus der Versenkung zu holen. Ja, ja, ja. Huhn! Huhn! Hanerich! Junge, dieses Ding, Alter, das wird im Internet ganz, ganz anders angepreist als in der Realität. Ich war sehr enttäuscht. Das macht mich einfach nur mad. Das sah nett aus, als wäre es so groß. Das Huhn legt halt einfach sein ganzes Leben ein glühendes Ei. Ich will das mal fragen. Grausam irgendwie. Schraulich. So, wie geht's dir Kappen? Hier geht's prächtig. Ich hoffe euch auch und ihr auch. Ich leide massiv an der Sichelzellenanämie, aber sonst... Mein Lebra! Es überlebt für sich ja, ja. Vorsicht, ja. Haben wir uns schon mal vollgestuhlt? Haben wir eigentlich schon mal angeschissen. Ich lasse mich regelmäßig den Puff anschießen für Kleines Geld. Ich bin der sogenannte Scatman. I'm a Scatman! In der Tat! Gezwungen zu diesem Video wurde ich übrigens von diesem Herren, der das hier auf das Paket schrieb, mit dem Unkel öffnen. Also, ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass der Unkel anwesend sein muss, oder dass ich den Unkel zum Öffnen veröffentlichen muss, als Messer sozusagen. Aber, yeah. Ich hab leider keine Feedback. Ich hab mich für die erste Version entschieden. Mit dem Unkel öffnen, versteht ihr? Stimmt, mit? Der Unkel ist zwar lang, aber nicht so dünn. Also, so... Ach komm. Dünn ist die Wäsche. Genau, genau. Ich hab noch kein Ei gefunden, aber ich hoffe, im Laufe dieses Wochenendes, wird die ein oder andere Dirne meine Eier suchen. So dicke, so richtig dicke, Alter. Dicke Glocken. Nee, dicke... Schon wieder herrlich. Ja, das kann man nicht zeigen. Dicke Mühlen. Moin, Max, und hoffentlich der Langnasen-Unkel schaue dich schon sehr lange. 6 bis 7 Jahre mindestens in dem Paket befinden sich 4 Jäger plus 2 Biermeister für dich und den Langnasen-Unkel. Zum sofortigen Verzerr die Sonnenbrille... Juri Satzzeichen ohne Ende. Danke für das Taschentuch. Ist für den Langnasen-Unkel viel Spaß damit. Langnasen... Der Unkel hat nicht nur eine lange Nase, auch sehr lange Johnny. Anwalt grüße ich wie... Anwalt grüße ich wie... Ach, keine Ahnung, wie der Adlersmann... Ach, was weiß ich... Adlersmann-Fangruppe dich und wünschen dir frohen Haaren. Ich hole die Gruppe am 6.12.2020. Ich habe die... Ach, Junge... Erstellt und Anfragen zum Beitritt an Instagram. Bitte keine kriminellen Vereinigungen bilden. Danke. Er ficht miteinander und bleibt immer schön braun. Henry... Mein Gott, noch eins. Im Sommer wieder, wenn wir in Urlaub in die Sonne fahren können. Christopher Braun. Ja, genau. Der Brille ist für mich genau, ja. Entschuldigung. Du hast mich sauber. Ich distanziere mich ausdrücklich in dieser Aussage. Alter, die passt ja wirklich wie angeschissen. Der Mann ist aber aufgewacht. Die Maus. Junge, die Frau. Bitte ins Büro. Oh, Junge, das macht's selten. Weißt du noch? Ja, ja. Oh, Junge! Aber sehr hell und... Gott sei Dank blendet es für mich nicht. Man, das ist ein massiv ausgelöst. Geil. Der Trödelmurg freut sich. Trödeljürg... Alter, der hat wieder stattgefunden, oder? Der findet statt, ne? Das habe ich gelesen. Auf den 15. Hab ich. Oh, Junge. Alter. Bruckmüller. Hast du Bier den können? Ich würde ein paar mitlegen. Jürgen, 4.50 D-Mark. Da steht drauf. Weizen. Wir können nie schaden, das ist... Und auch so eine Hähne, da ist nicht drauf. Huhnerrat. Kannst du mal bitte auf den dürften Tisch, was wir... Vielen, vielen Gemohr. Junge, mit Tabak für mich das Kleingeld. Vielen. Oh, und wie ein weiterer Frosch. Ja, Mist. Oh ja, zum sofortigen Verzehr wurde gesagt. Oh, Alter. Frühstück. Oh, die Uhr, Bitch. Fuck, das Schein. Wieso ist es... Ja, ich bin keine Anstoßen. Halb 10. Für das Fee bitte im Video übergeben. Ich möchte mein Marginal jetzt nicht loswerden, aber... Ja. Was ist denn das? I love London. The big challenge. The world of whiskeys. Oh, da ist sogar Whiskey drin. Gell. 4 x 40 ml. Ich tue so, als wäre das mein Ostergeschenk, was ich... Eingekauft habe. Hier ein Harampara Brudi. Fruchtgummi. Fruchtgummi. Ein ganz besonderes Fruchtgummi. Mit Herz. Ja, es ist sehr... Den halten sich sogar noch drei Monate. Überraschender Benni. Kuhlenbacher. Ui. Lagerhell. Süffig und Milch. Ungell war nie weg. Geil, falsches Kuhlenbacher. Das schmeckt gut. Dem Alkoholismus wird dir wirklich einfach nur geholfen. Das macht mich glücklich. Bauerei. Das war knapp. Junge. Es war knapp. Ich habe mich fast verlesen. Junge. Auf jeden Fall. Jetzt ist das Auto wieder aus. Das erste Mal geht und Quatsch ist im Kopf und Kragen. Bitch. Ich bin ein schwerer Alkoholiker. Junge. Jehermeester Brudel. Wild. Hartig. Lego Batman. Nur Heimatgummis. Heimatgummis, ja. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein Jeher getrunken habe. Verflucht seist du. Verflucht sei. Ja. Einige sind. Junge. Ich muss nicht schmiechen. Ja, die möchte ich wirklich für zuhause. Ja, ui. Jem, jem. Ja, genau. Ich muss mich auspeichen selber. Aber ich habe übrigens Freikern wieder, deswegen. Das ist einfach. Das ist einfach. Ah. Ich hatte einen Jemester vor. Pein warm. Das geht. Das ist nicht so warm. Oh. Frohe Ostern. Ja. Jägermeester. Ja. Ja. Und sonst so? Ja. 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 Das habe ich... Ich fahre nach meinem Fahrrad zum Schöndler. Ja. Ja, herrlich. Ja. Aber was geht denn ab? Ja, der Unkle war wirklich nie weg. Ach nee. Boah, coisa. Ich trinke wirklich nie harten Schnaps pur, nie. Also so Wodka-Ergermeister habe ich seit Jahren nicht pur getrunken. Immer nur Pfeffi oder sowas. Das ist das Schlimme, wenn man mit Rentnern zusammen chillt und es nur Kräuter gibt, sage ich jetzt mal, zum Abgang nach eben gutem Essen. Krabber ist das Einzige, was ich pur getrunken habe. Der geht gut rein, aber das... Es gibt ja immer so Unterberg und Kümmerling. Unterberg und Kümmerling, hasse ich so einen Geschmack so sehr. Kürmeister geht ja noch. Bin das alles mittlerweile gewohnt, ey. Alter. Alter eingesessene Gockel. Ja, ja. Oh. Ey, irgendwie, der fickt mich. Der wärmt. Der Getärmknoten. Oh, Junge. Was denn, scheiße ist denn gezogen? Was denn? Was denn, scheiße ist denn gezogen? Schmeiß es da einfach rum. So geht das. Also, ey, nie. It's... Ulm. It's Tomatenjörg. Ein Geschenk von Max Skibbidi Berg. Skibbidi Pop. Jetzt, jetzt, bitte grüße Sie die Bullenschwene. Grüße gehen raus. Chili Bohnen. Braune Pinto Bohnen. Die würde ich auch mitnehmen. Ja, genieß es. Dann kannst du den Jährmeisterbäume nicht aneignen. Der liegt hier. Schön packen. Genieß es. Herz ist wieder gelohnt. Bitch. Ach, mach ich Spinner. Ja, keine Eile. Keine Eile. Was? Zahnpasta? Junge, schon wieder. Ja. Schon wieder für den Meff-Fahrer. Herrlich. Schuppenschutz. Ich habe schon mehr ins Gemopse. Das war eigentlich für den Meff-Fahrer. Ich brauch kein... Ich wollte letztes Kopf-Shampoo-Kofen und... Herrlich. Das lohnt sich. Die Shampoos sind natürlich für dich, Herr Nasenhaar. Die Zahnpasta sind für den Schänder, der er so weiße Zähne hat. Und die Zahnpasta von dem Meff-Fahrer eingesteckt hat. Juli. Man braucht eigentlich gar nicht mal einkochen, das finde ich gut. Ja, irgendwie. Aber das... Eigentlich wird weitergerecht. Die meisten bräuchten das wirklich mal, ja. Warte, das macht mich sauer, Herr. Warte, 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 warte. Ich habe euch alle lieb. Der Geschmack widert mich so massivst an. Ich will schon mal. Ach, geil, Alter. Das ist nicht schlecht. Ja, das ist... Das ist cool. Mit Rockstar. Das ist einfach pur. Nicht schmackhaft. Also, wenn es minus 20 Grad hätte, wäre das wirklich was anderes. So als ein Tiefkühlfach, aber so. Das ist einfach inhuman. So, ungefähr. Das ist mein Jäger, ey, oder? Das ist wahr. Ja, 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 ja. Wir haben uns jetzt schon mal eingestuhlt. Ja, ja, ja. Hör auf die Zirrhosen. Das ist ja gleich schmackhaft. Herrlich, das schmeckt gut. Ja. Ich meine, du wirst ja genauso dicht, wenn du säufst, aber dabei schmeckt es wenigstens. Ja, das stimmt. So. Von SC Durchfall. Diese Dinge, Zahnpasta, Schuppenschappel, dieses... Es ist schön, dass die Leute sich um unsere Sorgen, also. Ja, ja. Ja. Ich bin seit genau zwei Stunden wach. Herrlich. Ich seit um neun. Alter. Was ist denn das? Kann ich mir aussuchen was? Das ist mir scheiße, ey. 7.1 Advanced. Herr Booster Series. Starkes. Ich hab keine starken Schuppen. Ich hab keine starken Schuppen. Natürlich für dich, Herr Nasenhaar. Was zum F***? Warum schickt jemand halt eine Schulter so übelst teuer? Powerformel. Ich kenne auch niemanden aus der Gruppe, der... Miesig scheiße. Der... Der... Na? Schuppen hat er, aber... Tja. Jetzt lass mich mal ins Öffn. Ja, okay. Diese Deals mit Schuppenshampoo und Zahnpasta. Alter. Ey, das greift. Ey, bist... Herrlich. Ey, da kannst du dich durchsachen. Geil. Wie jung ist das? Best Jif. Gift. 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 Du machst die alle. Das ist ein Kuli, oder? Nee. Nee. Das ist kein Kulgeschenk. Moinserichsten Herr Herzversagenberg. Ich hoffe, dir gefällt das Geschenk genauso wie meine Edits und dir an der Bande. Ah, grüße an Fliegen. Schiss. 8 Iber. Ist das ein Arsch? Küss mich. Du bist die Liebe meines Lebens. Sind zwei Löffel. Mokka. Geil. Bist. Wer kennt eine gute Salbe gegen Ausschlag im Genitalbereich? Das Blut des eigenen Onkels. Hier, ich kann dir empfehlen von Nivea in Timo. Das ist... Ja, ja. Gut. Also, ja. Nie, dass ich das hab, aber ich verkauf das, ja. Ja, ja. Auf jeden Fall. Küss mich. Geistiger Löffel. Wah, wah, wah. Widi. Ich möchte dich gerne küssen mit den einen Löffel und den anderen dich liebkosen. das ist hier ich habe dieses set bekommen dass ich habe vergessen zu das nächste mal kommt dass das wartet immer noch die frau hat irgendwann aufgehört zu fragen habe ich sehen was verkostet aber da sind wirklich zu gläser wir haben ja immer nur absintheor was man ja eigentlich nicht macht das ist die man schrauben das ist ja das ja griff ja hast du es griff gif 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 die schrauben machen mich irgendwie sauer die müssen die befriedigen dann zu fassen das ist präzisionsarbeit fuck you dann rutscht der aus wie sauer fuck schon hier wieder hier nein ich habe das Gefühl ich muss massiv abscheißen das ist nie gut ich knallt mit dem Daumen zusammen das knallt schon wieder in die Wände Pröstel das ist ja auch ein Zufall dass das erste Paket des ersten Paket einen vier Jägermeister drin hat das ist ja wirklich die Autoren die wollen die Autoren des Lebens genau das ist doch wieder Dreck nein das sind Grundgesetze das kennen die Verpackungen auswendig übrigens Schmutz das war das Grundgesetze das Schmutz fällt dann ein rieses Volksversalzung Olaf Schmolz wirklich richtig Olaf Schmolz ein Henry das ist die arabische Fassung Schmutz freut sich drüber ist das wirklich das ist ja echt die bringe ich dem von rechts nach links wenn du es umdrehst sie kriegt ja schon das Gemachmus wachsen könnt Hoden Sack Sneaker Cleaner Ne Junge Hurra endlich Rentner Alter Sehr geehrter Herr Herzschuh Sprayberg viel in Arsch mit diesem Geschenk von Max Ninoberg Uuuh Kiwi Sneaker Cleaner Junge Schuh Rentner wie ein Sticker Hurra endlich Rentner Junge Das war Zehn Jahre hoffentlich Ne mehr Fünfzehn oder? oder? Äh viel zu kurz Ich finde sie sollten alle bis 75 Buckeln Buckeln zu kaputt Knecht Boah geil Schokolodos Albenvollkant Ein Geschenk von Rasener Roland Unendlicher Kampf Die Endmast muss kommen Schokolade Zwei Zwei Das Schandal Magdo Schokolade Das will ich wieder anfaltigen Ja das Leid für Diabetes Zwei Uuuh Mark Da hab ich noch da Warst du zufällig? Nee Ich hab noch Bio zu Hause Bio-Mark Alter Schisch Ist es Filal alter oder was? Bio-Mark Von Mark Wir sind jetzt 17 oder 18 Minuten drin glaube ich und das greift schon Das macht mich glücklich diese druck bedanken der unkel da ist immer irgendwie so anders ganz andere ganz andere pace emotionen und das auch mann ich war völlig besoffen zu dem schenken davon ist das aber so verpackt das selbe produkt wie von ihr ja ich habe das noch nie gesehen unsere gesichter lande von lokus also ich habe das noch nie gesehen ich habe bestell auch die produkte bei amazon also also wer meister zu bestellen packen die einen bitch ich habe noch sechs tausend meister wie korn and salt water sehr geehrter meis herzberg guten hunger und so grüße gehen raus an die hütte schwänz und laux aus london united kingdom der meis was ja das ist ja gemeiß aber just london united kingdom haben wir uns heute schon abgepackt in ungarn entleert in ungarn und hierher verschifft ich bin völlig ich weiß nicht müssen wir haben das auch scheiß wer da draußen das schaffst du das könnte wir haben doch noch cool bereits hier nee das ist ja nicht kalt also wir haben ja weizen muss doch gekühlt sein weizen die lage ist doch süßig und milch die lage ist doch schon wieder sehe dann blühe ich auf das zweimal nie zweimal huhn zum aufkochen verpisst euch aus meinen dms ich weiß genau was für leute jetzt schon wieder sagen die nudeln wir haben ich sag keine namen aber hallo werk da dick doch gescheitert ist wurde ich wieder bei marion daher mehr instanudeln zum verspeisen v6 v8 v12 kann ich dir zerlegen und wieder zusammenbauen wenn ihr will videotitel einst du deinen augen re-upload von ruinerburgler dann nicht vier hundert gramme kleingeld drin sind aber geil wieder das ist ich distanziere mich ausdrücklich haben eine freunde depths hätte parkung könnten habe ich mich abzweigen ich bin Europa-Pokal! Henry! Ich bin Vereinsträum! So, was haben wir hier? Das heißt zwar stark Öl, aber es ist halt normales Pilz mit 5%. Stark Öl, Alter. Ist das doch Schweden? Schweden und Norwegen. Ist doch das selbe. Man, die Kamera bevorzugt immer Gesichter. Das ist das Problem. Sie müssen alle weg, die Gesichter. Und dann... Ja, genau. Irgendein Gesicht. Hussmannskost. Nee. Stark Öl, geil. Skirske in der Audi re-upload. Das ist... Nee, diese Zuschauerschaft möchte ich nicht anloggen. Ich möchte grundsätzlich nur arbeitslos und schwere Alkoholiker anloggen. Pröst! Pröstel! Öl! Bier! Anders! Brei... Äh, Kappa! Nee, Mann! Das... Das ist nicht... Es gibt im Universum einfach keine andere Timeline. Du kannst danach nichts anderes äußern. Das war ein schlimmer Mensch, von dem ich nämlich distanziere. Also... Äh... Fuck you. Wenigstens hat das Fun drauf. Ja, ja, das sind die Wichtigen. Stark Öl. Öl! Öl! Äh... 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 Achso, Alter. Das hab ich fast selber abgestochen. Äh... Keine Verunglimpfung. Was ist denn das für ein Messerschwieder, ey? Das ist ein Sicherheitsmesser. Alter, das... Äh? Kann sich keiner verletzen. Äh, das ist doch... Das ist doch... So eine Scheisserschwieder hier, ey. Deswegen bist du ja nicht der Schneider, sondern der dumme Quatscher hier. Du sollst ja nie zu hart arbeiten, brä. Wer will melden? For free. For free. Cannabis ist das. What is it music? Schönen Gruß, Max. Der hat mir schon mal was geschickt. Okay. An die Sticker... Aber vor drei Jahren. Schätz ich mal. Drei, vier Jahre. Junge, Schandfleck der Gesellschaft. Junge, was zum... hä? Alter. Das sind CDs? Ja. Von Vortec. Soll ich die irgendwo verteilen, oder? Alter. Hier sind elf Lieder drauf. Das ist ein Album. Schandfleck der Gesellschaft. Junge, das passt sehr wunderbar zu uns. Alter. Die Promo dieses Mannes geht ja richtig steuer. Er schickt einfach Sticker. Einen rauen Mengen. Also... Also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so zielführend ist, sich so zu vermarkten, weil... man ja grundsätzlich ein Publikum erreichen sollte, was auch offen ist für seinen Content. Und die Leute, die sich jetzt hier diesen Durchfall anschauen, die wollen ja jetzt nicht unbedingt von... Die sind 10 Dracks drauf. Irgendjemanden die Musik hören. Wisst du, was ich meine? Junge, Long Peps. Bist du noch aktiver Raucher? Ich distanzier mich. Eheh. Schöne Ditti. Eheh. 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 Ich würde das dann einfach irgendwo verteilen! Wie, Ingo? Ich kenn jetzt keinen, der ein CD-Laufwerk besitzt! Krass! Nice! Die Longpapes sind das Beste! Also nur Front, Bra! Ich würd mal in die Musik reinhören! Bre! Nimm mit! Eins! Fünf Stücke! Ach, Junge! Ne, wenn dann schon... Fünf! Verteilen! Na gut, zwei von dem, zwei von dem! Ja, die Messerschutz ist gespredet! Weitervermarkt, Bre! Ist aber sehr leicht! Mann, das schickt mein Kopf! Alter! Ihr wisst schon, also das sind alles... Boah! Also, nur mal zur Erklärung... Diese Dinger... ...sind ja alle 25 Cent wert! Weil diese Tinte, die hier drauf ist, ist Spezialtinte! Und das Ding kannst du um eine Klopapierrolle wickeln... ...und der Automat nimmt's an! Dankeschön, Alter! Das ist ja wirklich brutal! Leider kann ich mit dem Plastikpfad in Österreich nichts anfangen! Gibt's kein Nest hier aus Österreich? Nino, Alter! Ich lutsch deine riesen Eichelter! Hey, Alter! Das ist ja... Yeah! Geil, Alter! Du kannst ja... Das... Ich werde wickeln und wickeln und wickeln und wickeln und wickeln... Oh, wenn ich so unterbreche... Der irgendwie der Pfandbetrug! Ja, ja... Der massive Pfandbetrug! Hey, 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 hey! Geil! Ui! Gut, es gibt ja jetzt viele Saftflaschen, die auch jetzt schon mittlerweile Pfand haben, aber... Ich bin ein Saftsack! Geil! Alter! Habibi, ich fühle dich... Fühle dich oral verwöhnt! Ich... Hörlich! Ja, warum kann man das mittlerweile drücken machen? Über alles! Ja, aber vieles hat er schon Pfand! Nein, du verstehst nicht! Egal um was für Objekte! Ach, deswegen die Klorolle, was du gesagt hast! Ja, egal um was für... Hey, 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 hey! Der Automat möllert alles ein! Hey, wie geil! Alter! Jeeey! Ey, ja! Das, was du alles schreddern kannst, theoretisch nicht, oder? Schredder mich, du Schredderschwein! Schredderig Schredder! Schredderig Sieb... Schredderig Seid! Omega Roll! Ui! Oh, ii! Schimmeliges Toast! Alter! Alter! Das sehe ich gar nicht. Das ist übel Schimmelig! Alter! Vollkommen! Was ist denn der gehnl, Alter? Was für'n Decken im Sack! Eeeeeehhhhhhhhh Oh, jetzt hat der Meltdown-Alarm So ist das einfach Ost? Ne, ist kein Freitag-Gesite! Zivacca, Hot Chili! Das ist geil! Das ist auch eine gute Marke eigentlich, die Sauce. Hast du Bedarf hast? Ich hab das schon so ein bisschen da. Oh, Gemüsebrühe, die brauch ich halt wirklich. Gemüsebrühe. Ist schon offen. Nee. Ach, Mann. Befreude war groß. Ja, ja. Bist du, oder? Ja. Watscha. Druckerpatronen. Oh, Junge. Echt Toilettenpapierräumen. Ey, das... Nein. Es ist solche Zufälle, Alter. Solche Zufälle gibt es nicht. Ja, yes. Ja, zum Beispiel. Junge, wie geil ist das denn? Ich muss mal gucken, ob das wirklich angenommen wird. Das ist halt scheiße. Die Frage ist halt... Das Problem ist, ich darf es nicht vor euch dokumentieren. Weil das ist halt... Das ist halt nicht... Ja. Leal. Ja, ja, ja. Aber... Und das war natürlich auch Spaß, wenn ich gesagt habe, dass ich das vorhabe, das zu machen. Es wird natürlich... Alles im grünen Punkt entsorgt, was da ist. Und ähm... Aber was ist denn da so ein Zufall? Ja, ja. Das ist wirklich... Du sprichst ja über Toilettenpapierrollen und dass die einen Nutzen haben, also die... die Pappdinger halt. Und dann kommen davon welche ohne... Verrückt. Mir macht das Angst, Alter. Ohne Scheiß. Das mach ich mal echt... Krass. In keinem anderen Paket war Schnaps. Oder Bier. Weh. Im ersten muss es natürlich sein. Ja. Wer ja auch immer die Fäden zieht, Alter. Ich lutsch deine Eier. Das ist ja wirklich faszinierend. Haben wir heute schon mal uns kontinuierlich verölt? Ja. Ja. Danke für den Skriptschreiber. Ja, Alter. Ich dachte, das schmeckt gut. Ich hab nur kurzzeitig meinen Text vergessen. Öl. Der ganze Kühlschrank ist von norwegischer und schwedischer Biere. Das ist... Stark Öl. Alter. Das heißt Öl, oder? Das... Die Brühe, ja. Öl. Die Brühe wie Öl. Kannst du mal losgehen, wo du in Frankreich warst und dann dieses Schild sauf? Sauf! Ja, das... Ich hab schon wieder vergessen, was du sagst. Das ist eigentlich mir... Das ist eigentlich mir zum Saufen. Sehr gerne Herr Schmutzberg. Viele Grüße aus den reichen und schönen Freiburg in Breisgau. Ich hoffe, Sie besuchen Freiburg einmal, damit ihr... Lies vor? Gut, ihr Glied von ganz nah betrachtet werden kann. Ähm, Freiburg in Breisgau bin ich schon sehr, sehr oft durchgefahren. Da machen die immer die Grenzkontrolle, wenn man aus Basel kommt. Verdammt, noch eins. Hab ich meine Playstation sehr erfolgreich rüber geschmuggelt. Ja, ja, ja. Im Verkehr fehlt sich Schrott und ein paar nützliche Sachen, an denen sich hoffentlich erfreuen können. Grüße an der Schwäen und den zukünftigen Bürgergeld, Bezieher Kamel. Alter. Freiburg würde ich gerne mal. Ja. Das ist hier bei Strafburg und... Ja. Das ist am Arsch, damit. Ich schmeiß. Ziemlich fresh. Bist du noch immer Sniffer? Definitiv nicht. Ach so, du bist höchstens der Besnifte. Ich bin der Hersteller. Wie der Hersteller. Ja, das. Der Hersteller. Der Produzent des Verwuchs. Bio-Kelb-Extrakt. Kelb-Extrakt. Mann. Der Fokus. Der Gesichtsfokus. Kelb. Ja, Kelb. Ja, Kelb. Boah. Das ist nach Toten. Das ist nach Toten. Tier und mehr. Ihhh, Algen-Bullshit. Schmutz. Schmutz. Der wird viel mehr. Oh, M-M-S. Bistchen sind schweige teuer geworden, Alter. Behandeln. Du. Peanuts. Gleitcreme. Kein MAD drauf. Was mitnehmen? Ne. So was benutze ich nicht. Oh, Junge. Die Scheiben sind immer feucht beim Gockel. Was zum Fick. Gucci? Alles Gucci? Aftershave. Ich hasse mich nicht nass. Alles Gucci? Kein Bedarf. Junge. Yeah. Junge Monaco. Früh. Ja. Siehst du dich feucht? Ne, aber. Genieße es. Man kann sich mal aufschmieren. Alter. Schmier-Mass-Männer. Hast du schon mal lecker gegrillt dieses Jahr? Ja, heute. Ich hab schon gegrillt heute. Junge Boss Bottle. Angrill. Aqua Di Gio. Ah, Gio. Ja, das ist praktisch viel im kleinen Arsch. Buss Buddelt? Einen kleinen Oat. Gio. Ein schon genutztes Taschenwärmer-Ding ins Kirchen. Hey. Jui. Gleichstellung ist besser. Eich Jui. Menri, bitte keine Propaganda. Bedienungseinleitung von den FX87DX Casio. Haben wir heute schon mal eigentlich geölt. Ich bin ehrlich. Was? Ich fahr dann doch mit der Bahn zum in den Ring. Was steht? Adresse ist richtig. Bitte diesmal unbedingt zustellen. Ja. Kampf der DAL. Dupliziert nicht irgendwie. Duplizier mich, du Duplikaten-Schwein. Dieser Tisch ist eigentlich schon übelst die Legende eigentlich. Der muss unbedingt lodern. Alter. Oh Junge, ein Beruf. Ui. Aber ohne Wachs-Stempel leider. Schleaming auf Zuckis. Auf keinen Fall. Wie ein fettes Einung. Frohe Weihnachten. Alter. Moin, servus moin. Vielen Dank für die mystische Unterhaltung. Die beigelegte Brühe ans Vorarlberg soll Ihnen beim nächsten Urlaub oder Wanderung als Proviant dienen. Grüßen Sie uns den Garmel und den Gastgeber. Huhn. Also Grüße an den Garmel und den Gastgeber. Und die Brühe ist für Wanderung oder Urlaub. Brühe. Frohe Weihnachten. Du fressst bei'n Sternenstaub, ihr langweiler Junge. Alter. Leute, die unironisch aus solchen Bechern trinken die Gehirn. Das. Ich sprech's nicht aus. Ja, ich... Brühe. Alter. Brühe. Was soll denn diese Hello Kitty Handcreme, Junge? Alter. Socken. 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 Brühe. Schaumfestiger Junge. Samsung. Alter. Ja, zeig's gerne in die Kamera. Bitte sprich's nicht aus. Das ist auf jeden Fall Bier. Ne, das ist gut, dass es nicht scharf hat. Nein, wird okay. Export. Aus Österreich. Bier. Bier. Es ist Bier. Belassen wir's mal dabei. Für die Ketter, die werden's wahrscheinlich erkennen. Nur mit 10 Peso. Pfalzes Pfiff. Das sind fremdländische Münzen. Mexiko wird auch irgendwann besucht. Und... Oh, das ist aber... Forenburger. Forenburger Bier. Dwa Leber. Austria. Bulgarska. Bulgarska. Hä, was? Bulgarska. Junge, ich bin völlig besoffen. Bulgarska. Bulgarska. Ne, ist das Levers? Ja. Leber, da eben, ja? Zwei. Ja, ich kann's ohne lesen, ja? Bulgarska. Zentralbank of Oman. One hundred Baisar. Alter. Junge. One Real von Oman. Diese riesen Scheife. Ein... Ich weiß ja nicht was... Ich denke nicht, dass es viel wert ist, aber... Vielen Dank für diese fremdländischen... Real ist doch... Ich verstehe nicht gut. Ich wollte gerade Saudi-Arabien sagen. Ich hab Bausa geboxt. Was hast du in Dubai? Ach, amerikanische... Ne. Ach, amerikanische. Aber auch Dollar. Arabische Dollar. Ja. Vielen, Jörg. Aber hier, Österreich, Grüße an den einsamen Panther. Junge, da kommt das nach Schweiz. Ach so, scheiße. Ja, da kommt's nach Schweiz. Ja, geht's okay. Sorry an alle Österreicher. Ja, ist dasselbe. Wir haben noch 5 Minuten, Bitch. Oh, uiuiui. Da kommt... Ulm. Kommst du aus Ulm? Öl. Ja, hast recht. Öl. Kommst du aus Ulm? Öl. Alter. Gehirnschmelze. Sing. Viel Spaß, wünscht Mr. Mal. Alter. Wie ist der extra Papier. Papier... 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 bad... Was ist denn das? Ein extra Nakena denn Heimer... führen Prozent King-Rablauf, Qui. Tur unbenutzbar... Alter... Versos לא benutzbar. In der Tat... Jetzt bin ich aber gespannt. Das ist ja leicht. Eichel? Wenn das jetzt immer kleiner wird, ne? Ich glaube nicht, dass es größer wird. Der Wolf! Joachim Gauck! Stanislav Tillich! Der war doch Sächsischer Minister nicht. Minister! Lautsprecher! Was? Lautsprecheranlage gestört? Ja. Drei Minuten noch, Mann! Ö? Sind wir am Ziel? Ne, durst jetzt ein schwerer. der mann hat sich sehr sehr viel im alter es ist einfach ein bier in sechs kartons da wissen wir nicht das auch ich mache den wanderung in der schweiz ich liebe es aber quill frisch liebe herrlich hohen sack dann ab im zell wir haben noch zwei minuten das ist das ich weiß es nicht nicht nur mit dem daten Hier, hier, hier! Oh, was soll denn? Ich find's das einfach irgendwo hin! Das ist so der Knecht! Der Kelp! Oh, jetzt sehe ich das Schlörtebecker wieder. Oh, Junge, Paul! Das ist übrigens nachverpackt, das Paket. Stör die Biggie! Die DHL hat hier gute Arbeit geleistet, muss ich sagen. Juppiler! Brrr! Boah, sind echt nur so eine fette Waffe! Junge, das hab ich doch grad gesoffen! Das hab ich doch nie gesehen! Zufall! Juhu! 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 Was war ein guter Tag! Alter Geier, ein Schlörtebecker! Klaas, ja! Mystisches Tomat, aber wild! Rrrrr! Birra Messina! Bestes Tomat! Kann man das mal lesen, schnell schon! Hu, Garten! Nee, kann ich grad nicht rausgehen! Ey, wenn ich mal irgendwann ein Haus mit dem Grundstück hab, dann heißt das auch so. Vielen, Mastladen, ey! Wir müssen uns verabschieden, Alter! Es ist gleich vorbei! Äh... danke, wirklich. Also Junge! Das Beste kommt am Schluss hin, das Öl muss weg! Öl! herrlich ein heiligen italien noch nimmt auf das war schön wiederholungsbedarf würde jetzt ist eierabend eierabend